Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hatte ich vor einigen Tagen das Vergnügen auf der Blackmagic Live-Tour ein kleines Seminar abzuhalten. Die Live-Tour war ein Event von Blackmagic Design, wo sie DaVinci Resolve im ganz großen Stil promotet haben, aber auch ihre Hardware, ihre Kameras und wirklich richtig tolle Speaker und Gäste eingeladen haben. Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist die Tatsache, dass dieser Seminarbereich dem Ansturm der Zuschauer ehrlich gesagt einfach nicht gewachsen war. Denn ich habe mehrfach und auch bei meinem eigenen Vortrag bemerkt, dass einfach viel mehr Leute rein wollten zu diesen Seminaren, als am Ende rein konnten und durften. Und auch kurz bevor ich angefangen habe, stand noch eine Schlange von, ich weiß nicht, gefühlt wahrscheinlich 100 Leuten vor der Tür und kam nicht rein. Ich glaube, ganz viele Leute sind jetzt gar nicht reingekommen, weil so viele von euch sitzen gewesen sind. Ähm, ja, keine Ahnung. Guck mal, vielleicht kann man nicht später das online stellen. Als hätte ich es geahnt. Ein Zuschauer war so nett und hat eine Aufnahme des ganzen Vortrags gemacht. Die ist jetzt qualitativ nicht so super, da kann er nichts für, sondern einfach, weil es war spontan. Ich habe kein Mikro oder sowas getragen, also keins für diese Kameraaufnahme. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich diese Aufnahme einfach ungeschnitten online stelle, um euch ein Gefühl dafür zu geben, wie die Veranstaltung war. Blöderweise kann man aber viele der zentralen Sachen, nämlich das, worüber ich rede, auf dieser Aufnahme nicht wirklich gut erkennen, weil der Projektor, der Beamer im Hintergrund halt total ausgebrannt war. Deswegen dachte ich mir, mache ich noch mal ein kleines Video, wo ich einfach alle Inhalte, über die ich gesprochen habe, in diesem Seminar für euch zusammenfasse. So, ich möchte euch heute ein bisschen was über KI-Tools erzählen. In dem Seminar ging es um KI-Workflows. Das heißt, ich habe Einblick darüber gegeben, wie ich in bestimmten Situationen, die so bei mir im Berufsalltag vorkommen, die Tools von DaVinci nutze, um bestimmte Probleme zu lösen. Das war teilweise eher sehr einsteigerfreundlich und teilweise ging es ein bisschen mehr in die Tiefe. Und fürs Feeling werde ich jetzt auch dieses schöne DaVinci-T-Shirt noch mal anziehen. Das hatte ich vor Ort bekommen und ja, musste ich tragen. Insofern soll ja auch echt sein. Gut, ähm, hallo erstmal. Ganz zu Beginn habe ich erstmal eine kurze Vorstellungsrunde abgehalten, ein paar Einblicke gegeben in mein Dasein, Showreel gezeigt. So, ich hatte gehofft, wenn ich jetzt rede, wieder das Showreel vorbei ist, aber es geht nur 20 Sekunden. Ein paar Bilder und eine kurze Anekdote erzählt rund um meine Anfangszeiten DaVinci Resolve und einen wegretuschierten Bauchnabel, die ich aufgrund ihrer Peinlichkeit allerdings in dieser Öffentlichkeit jetzt nicht wiederholen werde. Und danach bin ich auch direkt eingestiegen in die KI-Funktion und zwar in den Bereich Audio. Audio kommt oft zu kurz, deswegen habe ich damit den Anfang gemacht. Dokumentarisch sowieso, aber auch im Corporate-Umfeld hat man oft nicht so den Einfluss auf die Tonumgebung. Ganz wichtig natürlich noch, alle KI-Funktionen, wie das immer so ist, in der Studio-Version vorbehalten. Also alles, worum es heute geht, ist in der Gratis-Version leider nicht möglich. Und auch wenn ich jetzt wahrscheinlich vielen nichts Neues erzähle, habe ich den Anfang mit der Voice-Isolation gemacht. Einfach weil es die Funktion ist, ohne die ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr leben kann. Ich kann mir kaum vorstellen, wie mein Leben vor Voice-Isolation stattgefunden hat. Den Jungen, den ihr hier seht, das ist Johannes Floas, gilt als der schnellste Mann ohne Beine. Weltrekordhalter 400 Meter. Wir hatten ihn für unsere Paralympics-Doku, die im Sommer im ZDF läuft, interviewt und haben das Ganze in einem Fitnessstudio, wo man sehen kann, abgehalten. Das ist im Hintergrund aber noch ein bisschen trainiert worden. Deswegen ist das Ganze nicht gänzlich störungsfrei. Also wenn ich an Bilder in der Vergangenheit denke, so an das Heranwachsen und alles. Und um das Problem zu lösen, das wird jetzt wie gesagt viele nicht überraschen, gibt es hier die Voice-Isolation unter Audio im Inspektor, wenn man den Clip aktiviert hat. Ich klicke es einfach mal an und so an das Heranwachsen und alles und dann an mir runter gucke. Und quasi alle meine Probleme sind gelöst. Es nimmt ein Stück des Hals weg, es nimmt praktisch alle Störgeräusche weg, es isoliert die Stimmung und genau das macht Voice-Isolation. Es entfernt alles bis auf das, was es als menschliche Stimme identifiziert. Und das funktioniert in so einer Situation wunderbar. Ich muss nichts weitermachen, ich habe es einfach voll aufgedreht. Es gibt aber auch andere Fälle, wie zum Beispiel das hier. Das ist von einem anderen Doku-Projekt. Wir haben in Italien den Cortina dem Pezzo gedreht mit Annalena Forster. Die hört einfach mal rein. Das war eine ganz spontane Situation. Sie hat sich mit ihrer Trainerin unterhalten. Mein Tonmann war gerade irgendwo, keine Ahnung wo. Und das ist nur mit dem internen Mikrofon der Kamera aufgenommen worden. Also mit dem Atmo-Mikrofon. Dementsprechend klingt das auch. Falls gar nicht so hin und her, sondern der Scheiß geht schon weg, auf Deutsch gesagt. Also nicht auf und zu machen, aber in Hinsen. Na, dadurch, dass es ein Richtmikro auf der Kamera ist, versteht man es schon, aber schon ziemlich viele Störgeräusche. Auch hier wende ich Voice-Isolation an. Allerdings, wenn ich es jetzt genauso machen würde, wie gerade eben, dann passiert folgendes. Gar nicht so hin und her, sondern der Scheiß geht schon weg, auf Deutsch gesagt. Die Stimme wird zwar isoliert, aber klingt furchtbar komprimiert, wird richtig artefakthaltig. Und ist natürlich unnatürlich, weil in diesem Moment sind wir offensichtlich in einer lauten Umgebung. Also sollte es nicht so sein. Ich gehe mal runter, vielleicht so auf 15 Prozent. Notfalls gar nicht von hier und her, sondern der Scheiß geht schon weg, auf Deutsch gesagt. Kann man mit leben. Also nicht auf und zu machen, aber in dem Sinne. Zum Vergleich ohne auch mal. Auf und zu und durch. Ja, okay. Wo man sehr viel mehr Störgeräusche hätte. Und genau das ist auch meine Philosophie bei der Verwendung der Voice-Isolation. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt. Je subtiler die Störgeräusche sind, die man dann ja wahrscheinlich komplett weghaben will, wie eben jetzt bei dem Interview. Da hätte ich gerne eine Studiosituation gehabt, hatte aber keine. Je geringfügiger die Störgeräusche sind, desto weiter drehe ich die Voice-Isolation auf. Je dominanter die Störgeräusche sind, wie hier in dem Fall. Ich kriege sie ohnehin nicht komplett weg, ohne mein Audio-Artefaktseitig zu zerdeppern. Und sie gehören ja auch zur Szene dazu. Also je dominanter die Störgeräusche sind, desto subtiler gehe ich mit der Voice-Isolation vor. Es gibt aber auch Situationen, wo Voice-Isolation alleine mir nicht hilft. Dafür hatte ich dann noch einen guten Plug-in-Tipp im Gepäck. Mein besten Plug-in-Tipp, ehrlich gesagt, den ich momentan habe. Und ihr kriegt den jetzt for free. Hört euch nämlich mal diese Aufnahme hier an. Das ist ein Teil eines YouTube-Videos, was in Kürze kommt. Ist eine normale Handyaufnahme, klingt dementsprechend ziemlich hallig. War für den Zweck, für den das Video angefertigt wurde, vollkommen okay. Wenn ich die Voice-Isolation hierauf anwende, gucken wir mal. Ganz richtig. Erstens ist es ganz schwer, aus dieser Gratisschiene irgendwann wieder rauszukommen. Klingt schon ganz gut, aber den Hall, so diese schrubbeligen Frequenzen, die durch den reduzierten Hall entstehen, kriegt es nicht so richtig gut weg. Dafür habe ich von der Firma Accentise das Plug-in DX-Revive. Mein Tonmann meines Vertrauens flankt mir immer mal wieder Plug-in-Empfehlungen zu. Und als er mir das hier empfohlen hat und ich es ausprobiert habe, war mir klar, ich nehme nie wieder irgendwas anderes. Hört euch nochmal die Aufnahme an. Ist nicht ganz so richtig. Erstens ist es ganz schwer, aus dieser Gratisschiene. Das ist echt eine üble Aufnahme. Ich packe DX-Revive drauf. Das ist ein Plug-in so richtig für Doofe. Ich liebe es, weil es nämlich nur einen Regler hat. Und wir trainen mal voll auf. Ist nicht ganz so richtig. Erstens ist es ganz schwer, aus dieser Gratisschiene irgendwann wieder rauszukommen. Und zweitens mag es natürlich auch deinen Kollegen des Lebens dadurch unnötig schwer. Was DX-Revive macht gegenüber der Voice Isolation ist eine Kombination aus Rauschreduzierung, also die Noise, die Hull, Echo entfernen, kaputte Frequenzen oder gestörte Frequenzen restaurieren und Stimmen freistellen. Stimme freistellen funktioniert nicht ganz so intensiv wie bei der Voice Isolation. Das heißt, DX-Revive wird eher Störgeräusche zulassen als Voice Isolation. Das ist aber auch okay. Denn es gibt ja viele Situationen, wo ich irgendwie Geräusche mache und ich will nicht, dass die gänzlich gekillt werden, weil sie dazugehören. Und wenn ich mit irgendeinem Gegenstand interagiere, macht das nun mal Geräusche und das soll es auch. Und für all diese Fälle ist DX-Revive mittlerweile mein absolutes Standard-Plugin. Ihr hört es in jedem Video. Es ist jetzt gerade auch angewendet. Ich wende es fast immer in unterschiedlicher Intensität auf Ton an. Es ist so gut. Kostet 99 Euro. Man kann es aber gratis erstmal ausprobieren. Es gibt zwei Versionen, noch eine Pro. Die braucht ihr nicht, die normale reicht. Es ist mein aktuell bestes Audio-Plugin, was ich habe und ich benutze es immer. Dann noch zum Thema Ton habe ich mich einer neuen Funktion gewidmet, nämlich dem Music Remixer. Den findet man auch unter Audio im Inspektor. Hier direkt unter dem Dialog-Leveler. Was der macht, das ist eine ziemlich spannende Funktion, eigentlich ähnlich wie die Voice Isolation, zumindest von der dahinterliegenden Technik, ist, dass es ein beliebiges Musikstück in seine Einzelkomponenten zerlegen kann. Also Voice, Drums, Bass und so weiter. Sprich, ich kann zum Beispiel aus einem Musikstück mit Gesang den Gesang einfach reduzieren. Meiner Erfahrung nach muss man da ein bisschen vorsichtig mit sein, weil auch das kann zu stark angewendet ziemliche Artefakte erzeugen. Ich habe jetzt bisher auch noch nicht so den Sinn für mich gesehen, zum Beispiel einfach irgendwo den Gesang komplett rauszunehmen. Ich habe aber eine andere nette Methode entdeckt, diesen Effekt zu verwenden. Und zwar habe ich hier eine Szene aus einem, hoffentlich irgendwann demnächst mal kommenden Video, ein Making-of von unserem Sahara-Projekt. Es gibt so eine Szene, ich stehe zum ersten Mal hier in der Wüste, ist das Intro der Folge und es soll so einen gewissen Boom-Effekt haben. Dafür habe ich eine schöne Musik gefunden. So, das ist ganz nett. Die Musik gefällt mir auch wirklich gut. Und ich hatte überlegt, ich würde gerne diesen Augenblick, wenn das Intro erscheint, noch ein bisschen akzentuieren. Jetzt nimmt man dafür oft ja Sound-Design, sprich fügt irgendwelche Sound-Effekte hinzu. Das ist oftmals eine Kombination von Razern, also nicht Razer wie der Rasierer, sondern Rays und Impact-Sounds oder sowas. Hätte ich hier machen können, würde funktionieren, ist aber nicht subtil, weil das ist halt ein zusätzliches Geräusch. Ich hatte jetzt die Idee, was wäre denn, wenn ich den Music-Remixer nehme? Ich habe mir das hier schon ein bisschen zerstückelt und ab dem Augenblick, wo das Intro beginnt, die Drums dieses Stücks einfach ein gutes Stück hochziehe. Dafür müsste ich jetzt noch eine Blende setzen. So, jetzt ziehe ich mal ein bisschen länger. Also ich baue mir quasi meinen Aufbau in eine drum-lastigere Version des selben Stücks selbst. Hören wir doch mal rein. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich merke das. Allein, dass hier sozusagen sich die Drums aufbauen. Fand ich super. Müsste man hier jetzt natürlich ausklingen lassen. Sonst geht es hier über in einen Teil, der nicht mehr so viele Drums hat. Also einfach eine neue Blende setzen und lang ausfaden lassen. Diese Art und Weise, den Music-Remixer zu nutzen, hatte ich jetzt zwei, drei Mal in verschiedenen Projekten verwendet. Immer mit den Drums, weil die am besten dafür geeignet sind, um irgendwie einen Moment zu akzentuieren. Einen Übergang zu akzentuieren oder irgendwas. Und ist super. Also ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der Art des Musikstück. Aber funktioniert an dieser Stelle sehr gut, funktioniert schon an anderen Stellen sehr gut. Und das ist eben nicht so aufs Maul, weil es halt kein Effekt ist, der hinzugefügt wurde. Sondern wirklich durch Manipulation des originalen Musikstücks einfach, man es dazu bringt, an der Stelle, an der wir es brauchen, ein bisschen mehr Akzent hinzuzufügen. Es gibt mittlerweile unglaublich kompetente Möglichkeiten, Personen einfach KI-basiert freizustellen. Im zweiten Teil habe ich mich der Magic Mask gewidmet, weil es die KI-Funktion ist, die ich im Farbbereich, in der Color Page, wahrscheinlich am häufigsten nutze. Also die Möglichkeit, eine Person oder auch ein Objekt, funktioniert beides, direkt automatisch rotoskopieren zu lassen. Hier habe ich eine Aufnahme von einem Video, was letztes Jahr in Costa Rica entstand. Wir haben so Portrait-Videos von Personen, Personality-Videos gedreht und hatten hier ein Problem, das Ganze nämlich am Vulkanstrand stattfand. Und es kam hinterher dann das Feedback, ja, das sieht ja nett aus, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen düster, könnten wir das nicht schöner machen. Ich hatte während der Produktion schon geschnitten und sie wollten es dann endlich nochmal wiederholen, wollten es nochmal an einem sonnigeren Tag machen, hier war es eher bewirkt. Und ich dachte, wartet mal kurz, vielleicht bevor wir nochmal hingehen und es nochmal wiederholen, diesen Shot und ein paar weitere Shots, vielleicht kann ich da was machen. Ich zeige euch jetzt die Rekonstruktion dieser Szene, ich baue es nicht live nach, das würde sonst zu lange dauern, ich zeige euch einfach nur, welche Schritte ich gemacht habe. Also, als erstes habe ich mir eine Note gemacht mit einer simplen Maske, ich gehe mal hier ins Maskenfenster, damit ihr seht, was gemacht wurde. Genau, ich habe einfach so eine ganz grobe Maske gezogen, die ungefähr im Bereich des Sands ist und habe die ganz plump hier mit dem Regler, in der Lift war es, einfach so ein bisschen ins Warme gedreht, ohne mit, einfach um dem Sand ein bisschen mehr sandige Farbe zu geben. Das habe ich dann mit dem Tracker getrackt, sodass es sich mitverfolgt, genau, das funktioniert auch ganz schön, aber hat natürlich den Nachteil, dass meine Protagonistin auch einfärbt, insbesondere ihr Kleid. Also, die Magic Mask genommen, bei den Features hier oben die Person ausgewählt, Personenmaske, gäbe auch eine Objektmaske und einfach mal groben Strich gezogen, sodass die Person selektiert wird. Hier wird sie jetzt direkt ausgestanzt, weil Invertieren ausgewählt war. Normalerweise, wenn das nicht ausgewählt ist, würde jetzt diese Sandmaske nur auf die Person ausgewählt werden. Ich habe es invertiert, deswegen wird sie überall ausgewählt, nur nicht auf der Person. Das ist das Tolle bei DaVinci und dem ganzen Note-Prinzip. Masken, die auf dieselbe Note angewendet werden, addieren oder subtrahieren sich. Hier in dem Fall quasi alles, was ich an dem Farbrad gedreht habe, wendet sich auf den Bereich der Maske an. Minus den Bereich der Magic Mask, weil die habe ich davon invertiert. Dann das Ganze auf Better, weil man will immer Better, ganz klare Sache. Dann werden auch Haare und sowas recht schön ausgestanzt. Ja, und damit war es schon ein ganz guter Teil der Arbeit getan. Ich habe jetzt einfach noch weitere Masken gezogen nach dem genau gleichen Prinzip, wie ich es eben gemacht habe. Eine fürs Water, wo ihr einfach seht, so richtig bedurfe ich einfach das Wasser ein bisschen blau gemacht habe. Eine, wo ich ein Teil ein bisschen grün gemacht habe und eine, wo ich auch diesen oberen Teil ein bisschen grün gemacht habe. Und wenn wir das mal kurz gemeinschaftlich deaktivieren, aktivieren, habe ich also einfach ein bisschen Farbe versucht, in dieses Bild reinzubringen. Im Endeffekt war das schon ausreichend. Also vor allem dieser graue Sand hatte gestört und gesagt, gut, können wir so nehmen. Und wir kamen ohne Reshoot aus. Das gleiche Prinzip habe ich dann eigentlich bei den meisten anderen Shots auch angewendet, die davon betroffen waren. Hier zum Beispiel auch eine Aufnahme. Wenn ich jetzt wieder das wegklicke, was ich ursprünglich gemacht hatte, dann ist das eigentlich ein ganz schönes Bild. Aber es ist halt einfach an einem betrübten, etwas diesigen Tag gemacht worden. Ich habe, genau, Skin, das war der Color Warper, das benutze ich sehr gerne übrigens, anderes Thema jetzt, für Hauttöne. Wenn ich also Haut verändern will, dann klicke ich hier rein und verändere im Color Warper direkt die Haut. Das ist aber jetzt kein KI-Feature, so gesehen nicht Teil des Themas. Ich habe wieder eine Maske gezogen um den Sand, habe sie im Tracker getrackt, habe sie eingefärbt, sodass also sozusagen dieser Farbton wieder kam. Habe genauso wieder meine liebe Protagonistin mit der Magic Mask ausgestanzt davon, sodass, ja, gleiche Technik wie gerade eben. Und habe obendrein hier, um den Eindruck noch ein bisschen zu verstärken, noch den Himmel ein bisschen eingefärbt. Das ist auch kein KI-Feature, nur ein Bonustipp, hatte ich bestimmt auch schon mal in einem Video gezeigt, wenn ich detailarm oder ausgebrannte Himmel habe. Hier ist der nicht mal ausgebrannt, der hat einfach keine große Zeichnung, weil es halt so diesig war am Wasser. Ich benutze gerne eine Kombination aus einer Verlaufsmaske, das ist die untere hier. Eine Verlaufsmaske wendet die Farbe, die sie hat, quasi an und lässt sie in die Richtung, in die dieser Pfeil geht, auslaufen. Und auch hier habe ich wieder das Prinzip der Kombination zweier Maskenmethoden gemacht, nämlich eine Verlaufsmaske zusammen mit dem Qualifier. Und im Qualifier habe ich, Shift-H, dann seht ihr den selektierten Bereich, nur den Helligkeitsregler bewegt. Ich habe nicht mit dem Pipettenwerkzeug irgendwo reingeklickt, sondern mit dem Helligkeitsregler quasi einfach bestimmt, welche Bereiche rein nach der Helligkeit gemessen. Nur die hellsten Bereiche habe ich selektiert, sodass ich hier den Himmel bekam. In Kombination mit der Verlaufsmaske habe ich also einfach einen leichten, bläulich nach unten zum Horizont verlaufenden Schimmer in den Himmel eingefügt. Muss man auch wie immer subtil mit sein, aber das benutze ich gerne, um Himmel ein bisschen zu, ja, ein bisschen Pepp reinzubringen. Und wenn ich jetzt schon von der Magic Mask spreche, dann muss ich eigentlich auch das Gegenstück der Magic Mask erwähnen oder das, womit sie häufig in Verbindung gebracht wird. Das ist nämlich die 3D Death Map, die Tiefen Map. Eine andere Möglichkeit, Objekte automatisch freizustellen. Ich stelle hier mal eine neue Note, weil ich habe bei diesem Shot hier ein Problem. Das ist vor einem hellen Fenster gedreht. Die Personen im Vordergrund wurden zwar beleuchtet, aber den Hintergrund, den konnte ich einfach nicht irgendwie mit der Beleuchtung ausgleichen. Obwohl er vom Detail her vorhanden wäre, wenn ich mal alles deaktiviere, ist eigentlich in der Aufnahme die Zeichnung vorhanden. Darauf hatte ich schon geachtet. Nur, wenn man es eben gradet, ist sie schwer zurückzuholen. Ich wende diesmal die 3D Death Map an. Oder nur Death Map. 3D heißt sie gar nicht. So, was die macht, ist ja eine automatische Tiefen Map, KI-basiert, zu erstellen. Je weiter hinten, desto schwärzer, je weiter vorne, desto weißer. Ich möchte nur den hinteren Bereich selektieren und gehe dafür auf Adjust Map Level, hole mir das Near Limit. Ein bisschen näher ist es sehr, sehr wichtig, dafür diesen Death Map Preview zu haben, sonst erkennt man eigentlich kaum irgendwas. So, mach das mal so, irgendwie, jetzt erstmal ein bisschen nach Bauchgefühl, das Fahrlimit, nee, 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 lieber das Fahrlimit mal weiter weglassen. Post Processing immer aktivieren, dann werden feine Strukturen wie Haare besser ausgearbeitet. Okay, und das war's eigentlich schon. Ich deaktiviere das und es passiert erstmal noch nichts. Jetzt kann ich einfach hergehen und zum Beispiel mein Gain, meine Highlights mal runterziehen. Jetzt wird mein vorderer Teil erstmal dunkler, aber sobald ich auf Invertieren klicke, zack. Habe ich mir meinen Hintergrund zurückgeholt. Vorher, nachher. Falls die Protagonisten ja jetzt ein bisschen betroffen sind, müsste ich wahrscheinlich nochmal ins Feintuning gehen und hier ein bisschen anpassen, wie weit das Ganze sich auswirkt. Der Unterschied dieser tiefen Map ist, dass sie nicht nur ein einzelnes Objekt, sondern eine ganze tiefen Ebene erkennt. Das ist ein großer Vorteil. Gerade hier in so einer Szene wäre es jetzt für mich schwer, irgendwie zu sagen, mit der Magic Mask, was ist denn der Bereich, den du jetzt irgendwie selektieren sollst? Es ist viel leichter, mit der tiefen Map zu sagen, ja, mach mal grob da hinten ein bisschen dunkler und nach vorne verlaufend halt nicht mehr so dunkel. So kann man perfekt das Ganze benutzen, um zum Beispiel ausgebrannte Bereiche in Fenstern oder sowas freizustellen und dann individuell zu bearbeiten. Und ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Für das nächste Beispiel hatte ich mir eine Aufnahme rausgesucht, die mal nicht besonders gut gelungen war. Das stammt auch wieder aus der Doku, die wir mit Annalena Forster gedreht hatten. Das ist ihr Trainer, glaube ich auch, der nur in einem kurzen Moment zur Verfügung stand, was Wichtiges zu sagen hatte. Und mein Autor meinte halt, halt jetzt drauf, wir machen dieses Interview. Das Blöde war, links war irgendwie ein störendes Objekt oder sowas. Ich habe halt einfach drauf gehalten, weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Und den Shot habe ich eigentlich verkackt, weil wenn ihr mal genau darauf achtet, er guckt quasi nach links. Das Bild ist von der Interview-Einstellung nach links geöffnet. Das Licht kommt aber von rechts. Es war Sonnenlicht. Ich hatte nichts, um mit diesem Augenblick irgendwie das Licht zu modifizieren. Das Problem wird richtig deutlich, wenn man mal die Latt drauf packt. So, dann seht ihr, Hintergrund hell, vorne dunkel, scheiße. So, um das Ganze ein Stück weit zu entschärfen, habe ich erstmal die Belichtung angepasst. Ich habe hier eine Kurve gezogen, die dunklen Bereiche ein bisschen angehoben, die hellen Bereiche ein bisschen abgesenkt. Dann kam ich schon mal auf so ein Ergebnis. Ist schon mal besser. Der Hintergrund hier, der Schnee ist immer noch ziemlich hell. Und es sieht einfach blöd aus, dass er halt hier flach von rechts angeleuchtet wird. Also gucken wir doch mal, was Relight bringt. Draufgelegt. Relight bringt eine künstliche Lichtquelle ins Bild. Es gibt unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich bevorzuge das direktionale Licht, weil dann sozusagen keine Punktquelle, sondern wirklich einfach Licht, als wäre es aus einer Richtung, Sonne oder sowas, kommt. Und ja, habe ich einfach mal das auf die linke Seite gebracht, um zu versuchen, einfach gegenzuleuchten. Virtuell. Hier passiert erstmal nichts, wenn ich nur dieses Licht hin platziere, denn das ist quasi nur eine virtuelle Lichtquelle. Ich muss ihr jetzt sagen, was sie machen soll. Aufhellen. Also, wischen. Ja, ein bisschen heller machen hier. So. Man sieht schon ganz gut, auf seinem Gesicht passiert was. Auf der Mütze auch. Aber nicht nur dort, sondern auch vom ganzen Hintergrund. Also, klar, weil die leuchtet ja das ganze Bild aus, muss ich das Ganze noch mit einer anderen Technik kombinieren, nämlich mit der Magic Mask. Wir wählen wieder nur die Person aus. Und ich ziehe mein Strichlein hier drüber. Guck mal hier mit der Vorschau. Ja, ein bisschen mehr. Und wahrscheinlich das hier auch noch. So. Ja, grob. Better. Passt schon. Okay. Habe jetzt also quasi meine Auswahl, also meine Bearbeitung dieser Note, das Relight, nur auf den Bereich innerhalb der Maske angewendet. Und jetzt sieht man da schon durchaus eine Veränderung. Noch ein bisschen komisch. Ich denke, hier müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten. Ich gehe nochmal in den Effekt-Overlay. Ich würde hier die, genau, Sonnenquelle ein bisschen tiefer platzieren. Ich könnte sie näher bringen. Aber ich würde aufpassen, dass ich nicht das Gesicht insgesamt heller mache, sondern eigentlich nur diese Seite. Ein guter Tipp ist meiner Meinung nach, den Kontrast zu verringern. So ungefähr. Okay, wenn wir mal vorher, nachher. Es ist schon ein Unterschied. Ich könnte jetzt ein bisschen, die Kanten sind immer noch ein bisschen hart. Aber im Grunde genommen, ich würde sagen, so kann man es durchaus senden. Das Gesicht ist hier noch ein bisschen rosa, während hier von der wärmeren Lichtseite ein bisschen mehr grün drin ist. Auch das könnte ich jetzt noch mit dem Weißabgleich-Features und so weiter ausgleichen. Aber Ende der Geschichte ist, ich habe es zumindest so weit hinbekommen, dass es keinem aufgefallen ist. Das Ganze lief im ZDF, da fällt das so keinem auf. Zu guter Letzt gab es noch ein paar Funktionen aus der zweiten Reihe. KI-Funktionen, die ich jetzt nicht so häufig nutze. Aber immer dann, wenn ich sie mal brauche, bin ich halt super dankbar dafür. Den Anfang macht Face Refinement und zwar in dieser Situation hier. Das war eine Aufnahme von einem Produktvideo. Die Protagonistin war hinterher etwas unglücklich, weil sie, Thema Schärfe von modernen Kameras, sich zu faltig vorkam. Und hat gefragt, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Kann man zum Glück. Also neue Note genommen, Face Refinement draufgepackt. Dieses Feature analysiert erstmal die Gesichter. So, dauert einen kleinen Moment. Und das Schöne ist, es funktioniert sogar, wenn, wie in diesem Fall, eine schärfe Verlagerung nach vorne stattfindet. Trotzdem werden die Gesichtsmerkmale noch erkannt. Okay, ich deaktiviere das Overlay wieder. Und jetzt kann ich hier in dem Bereich anfangen, viele kleine Veränderungen vorzunehmen. Die wichtigen, zum Beispiel, wenn es in dem Fall ein bisschen um das Glätten von Haut geht. Ich zeige euch mal, ich will jetzt nichts Böses tun und es jetzt zu groß zeigen. Ich kann hier bei Beauty Automatic direkt hergehen und die Intensität quasi der Hautglättung hochdrehen. Man muss aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gesagt habe. Das ist natürlich übertrieben. Ein bisschen runtergehen. Scale. Ein bisschen hoch. So, da kommt man schon zum Resultat. Vorher, nachher. Es ist ganz subtil, aber es fällt auf. Face Refinement ist nichts Neues. Gibt es schon seit einer Weile. Hat mit der vorherigen DaVinci-Version aber ein großes Update erfahren. Kann mittlerweile deutlich mehr. Ihr könnt es hier sehen. Augen, Lippen, Zähne, Wangen und so weiter. Kinn. Kann alles individuell in Farbe und Textur angepasst werden. Und das ist mehr als einmal bisher hilfreich gewesen. Eine zweite Funktion, die ich gerne mal nutze, ist Superscale. Superscale ist der DaVinci-eigene Upscaler. Also wenn ich hier zum Beispiel mal eine solche Aufnahme hernehme und um den Faktor 3 vergrößere, dann wird das Ganze recht weich. Keine Ahnung, ob man das auf YouTube jetzt so deutlich sehen kann. Ne, ich denke schon, dass man das sehen kann. So, hier hat DaVinci für jeden Clip aktivierbar im Inspektor ganz unten die Funktion Superscale. Und die ist total einfach, weil im Grunde genommen muss ich einfach nur aktivieren. Dann kann ich die Voreinstellung zweifach Enhanced einfach lassen. Und wenn wir jetzt mal näher rangehen, achtet mal auf den Detailzugewinnen. Besonders gut kann man das an kontrastreichen Sachen sehen. Das Bayer-Logo zum Beispiel. Seht ihr, was da für ein Maß an Detailgrad quasi hinzukommt? Gibt verschiedene Varianten. Ich finde, Enhanced ist wirklich am besten. Na, ihr kennt ja auch hier an den Haaren gut. Und die letzte KI-Funktion, die auch nicht so prominent ist, ich aber super häufig verwende, ist Speedwarp. Hier haben wir zum Beispiel eine Aufnahme. Das ist Chaolin, der, ich glaube, deutsche Meister im Breaking. Ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und hier möchte ich gerne ein bisschen Zeitlupen reinmachen. Bietet sich bei sowas total an. So, keine Ahnung, mache ich eine kleine Speedramp. Das ist schon in Zeitlupe aufgenommen worden. Deswegen ist die Echtzeitgeschwindigkeit hier bereits bei 400%. So, ich mache mal irgendwie sowas. Und alles bis runter auf 100% würde jetzt flüssig abspielen. Aber das ist mir noch zu schnell. Ich hätte gerne, dass das Ganze runter auf 50% geht. Hoppala. So, und hier gäbe es ja die Möglichkeit, einfach über Retime und Scaling im Inspektor beispielsweise Optical Flow hinzuzuschalten. Ein Algorithmus, der bereits Zeitlupen glättet. Ihr merkt, es ruckelt nicht mehr, aber achtet mal auf das Bein. Boah, das ist schon relativ artefaktlastig. Und immer wieder, wenn man so durchgeht, sieht man, wie auch der Hintergrund ums Bein entlang sich mit verformt. Das sieht nicht besonders elegant aus. Hierfür gibt es als Algorithmus, den man unter Motion Estimation hinzuschalten kann, Speedwarp. Und seit kurzem neu zwei unterschiedliche, ja, Intensitäten von Speedwarp, nämlich Faster und Better. Und obwohl ich normalerweise immer mich dafür ausspreche, alles in Better zu machen, ist bei Speedwarp tatsächlich Faster auch ziemlich gut. Generell, Speedwarp ist die qualitativ höchstmögliche Variante von DaVinci-Zwischenbilder zu interpolieren. Und sie ist sehr hardwarehungrig, weswegen die Einstellung Better einfach echt lange zu rendern braucht. Faster ist hier eine feine Sache. Machen wir mal wieder groß. Wenn ich jetzt hier nur per Hand, achtet mal darauf, gerade eben haben wir noch moniert, wie der Hintergrund mitflappert. Jetzt mit Speedwarp und eben auch der leichter zu rennenden Faster-Variante passiert das überhaupt nicht mehr. Speedwarp ist eine großartige Möglichkeit, saubere Zwischenbilder für Zeitlupen zu interpolieren. Ich habe da auf Speedwarp angewendet. Und dann machst du das Ergebnis. Und ich bin fertig. Vielen Dank. Okay, das war jetzt wahrscheinlich eines der längsten Videos, die ich seit langem hochgeladen habe. Aber einfach der Tatsache geschuldet, dass das halt jetzt die Zusammenfassung eines Seminars war. Und das hat ja auch eine halbe Stunde gedauert. Und ich habe versucht, ein paar Sachen ein bisschen knapper jetzt zu halten. Und bei einigen Sachen habe ich gerade gemerkt, bin ich auch mehr ausgeschweift. Aber im Wesentlichen war es das. Minus ein paar Handvoll zynischer Sprüche, die ich vor Ort gebracht habe und jetzt lieber in dieser Öffentlichkeit nicht wiederholen würde. Aber ja, schreibt mir gerne, ob ihr was mitnehmen konntet. Wenn ihr vor Ort gewesen seid, schreibt mir auch gerne, wie es euch eigentlich gefallen hat. Und ja, mehr will ich jetzt gar nicht in die Länge ziehen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Hut ab. Macht's gut. Wenn ihr Fragen habt zum Thema KI, schreibt's in die Kommentare. Für mich, wie gesagt, ein totaler, ja, ihr wisst ja, wir YouTuber und dieses blöde Wort Game Changer. Aber es sind so viele Sachen, ey, Voice Isolation und DX Revive, ich kann's dir empfehlen. Es hat meinen gesamten Audio-Workflow, meine Postproduktion verändert in einer Art und Weise, die noch vor zwei Jahren nicht abzusehen gewesen wäre. Von daher bin ich sehr gespannt, was noch kommen wird und was für ein Video ich in zwei Jahren zu diesem Thema abhalten würde. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.